und herzlich willkommen zu meiner folge ich bin ja beton pumpen und das lukas und macht verstehe ich jetzt nicht ganz ganz sitzen die im entdeck also das der guter kannst du ja dann die andere dinge deswegen ich will das jetzt eigentlich mitnehmen ja ja dann sitzen ich kann schnell wie du kannst nichts zurücksetzt verstehe ich nicht also warte mal normalerweise sagst du hast du keine erlaubnis dazu hast du keinen erlaubnis wahrenlager ja ich hab's gesehen dann sagt es noch fehlt kauf hat es für die sache das bitte ein besetzlich er ist doch eingefahren jetzt gut da bringt mich mal die beton sache fort und durch das ist ja gut so gute ampel zählen natürlich ich habe mich aber gar nicht mehr daran erinnern dass es so schlimm war wie ich wie wir zu als zuletzt gespielt haben da war das aber was glaube ich vermute mal ich habe das manchmal ich weiß aber halt nicht an welches liegt weil ich vermute inzwischen dass es nicht an diesem stadt seinem kabel liegt dass es an diesem ich weiß nicht wie der stecker heißt usb nein der andere der in diesen kasten reingeht klingt ja wenn ich an dem wackel am kabel direkt dann funktioniert es meistens wieder ich habe fragt aber du hast wahrscheinlich gehört habt müsst ihr masken aufsetzen den ganzen tag wenn ihr arbeitet nein bei uns haben sie jetzt auch angefangen gott sei dank nur einen tag danach muss ich gar an der antenne aber wir wusste nichts besser als wenn du mal hinterm auto stehst oder so und dann abgase okay die macht vielleicht ein bisschen aber trotzdem dann halten sie den dann dann hieß wenn man zu zweit am auto arbeitet maske aufsetzen haben die lehrlinge meistens an die gesellig ist dann hält sich also börder namens schützen war ja nur ein tagen dann halt wirklich ich werde schon mal ganz ehrlich was gerammt aber ich wüsste das ist es immer schön dass wir jeden scheiß neu start die ganze machine durch die gegenworfen werden die steht da und die steht da und ich da ordnung war bitte auch nichts die werden dahin gesetzt wo sind soll wohl so bildschmerzen kann das alles dabei jetzt bergab 100 oder was bergab geht es immer schneller ja gut ich sag gar nichts da wurde aber nicht das parkstreifen oder was umfährstert geht so muss ich scheiße jetzt hinsetzt weil es ist auch drauf nee keine ahnung ob da hinten rechts rechts halt ja da könnte ich hören hinkommen könnte jemand nicht so gut gebaggert er kennt meint fahren ja da war halt jemand zu gut dazu gebaggert es ist noch weiter vorfahren ich glaube ich kann nicht so viel weiter vor kann ich nicht auch genau stück ja ja gebäude vorbeikommt ne machen da perfekt eingeparkt ohne was zu haben wunderbar sich richtig richtig ja 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 jetzt als weiter ist ausgemessen hier dass ich hier gebaggert habe ja weil ich weiß was war es neu die bord waren aber scheiße es war nur der zaubergegangen ist die ballfahrer hat dies abgekriegt irgendwo so festgefahren dass man nicht mal mehr vorwärts kommt zurücksetzen muss wieder dann wird man schneller wieder aussehen als dass man gucken kann ja das ist das ist der luft dauert noch so oft alle fünf sekunden glaube ich das ist gar nicht wenn die luft voll ist wieder wahrscheinlich ja aber nicht alles ist gut ich fang es gerade zurücksetzen das ist einfach nur wieder ich weiß trotzdem habe ich eins da oben ins fenster ich bin der treppe ich glaube ich komme in den kenner runter aber das war's in dem moment ist das kann ich kann ich kurz gucken bevor ich dahin bin das ist gekommen gekommen da ist keine treppe ist keine treppe das war's ich habe den gebaut er ist der festgekultur holster bereit auf das sage ich bin er geworden auch wunderschönes so jetzt machen wir zu jedem geländen und dann warum meine bus platz irgendwie hat schon ein bisschen beschleunigt kommt das gefühl ich fährst du gerade 100 okay ich fahr grad 80 steigt ja es weiß 90 das auto was von vorne kommt vielleicht ich war alles fort das ist eine beschleunigung es wäre ich hatte vorne okay gut dann danke für das neid hat euch gefallen hat aber wir vergessen nicht noch sagen also